Wir haben Ende März und hier in Hamburg die ersten wirklich warmen Tage. Die Bienenfliegen haben ihren Reinigungsflug bereits absolviert. Sämtliche Gegenstände im Umkreis von 10 Metern waren braun gesprenkelt und jetzt tragen sie Nektar ein und Pollen. Aber es hat seit Wochen hier nicht mehr geregnet und deswegen ist es wichtig, Bienentränken aufzustellen. Denn Völker, die brüten wollen und brüten sollen, die brauchen viel Wasser. Hallo und herzlich willkommen bei Hausbiene.de. Mein Name ist Benjamin und hier bist du richtig, wenn es um das Imkern mit der Honigbiene geht und dir nur ein einziger Bienenstand zur Verfügung steht. Bei den Bienentränken gibt es ein paar Dinge zu beachten. Und was das ist, das erklärt euch gleich unser Herr Koch. Servus miteinander. Also erstmal braucht ihr die Bienen Schwimmhöfe in die Bienentränken, damit sie nicht ertrinken. Beispielsweise eures Laubwehr bei mir. Ihr könnt aber auch anderes Zeugs hernehmen, Holzstückchen oder Korken von den Weinflaschen. Was weiß ich. Dann sollen die Bienentränken nicht neben die Völker stehen. Also mit einem gewissen Abstand, weil da kein Bienenkot reinfallen darf. Wenn die Bienen losflern, werfen sie einen Ballast ab. Und der sollte nicht in ihr Trinkwasser reinfallen. Und auch nicht sollen die Betränke unter am Dach stehen. Beispielsweise die Regentonne, wo der Dreck und all das Vogelkacka vom Dach reingespielt wird vom Regen. Das soll nicht sein. Und wenn ihr das beherzigt, werden eure Bienen weniger krank, weil sie weniger Kot aufnehmen. Und das mit dem Durchfall in die Völker. Das Video kennt ihr ja schon. Das haben wir heuer wieder gehabt. Obwohl wir im Herbst die Waben mit dem dunklen Futter minimiert haben. Das hat was mit dem Standort zu tun. Da können wir wohl nicht viel machen. Das müssen wir an dran. Also, die Bienen brüten fleißig. Und das Experiment mit der Doppelvolküberwinterung ist jetzt fast beendet. Denn als ich die diesjährigen Futterkranzproben ziehen wollte, da fand ich die dreijährige Lieblingskönigin tot vor der Beute liegen. Und zwar muss sie ganz frisch gestorben sein, denn sie sah noch gar nicht vertrocknet aus. Wohin mit so einer ausgedienten Königin? Zu den anderen. In die Flasche mit dem hochprozentigen Melissengeist. 79% Alkohol steht auf dem Etikett. Das konserviert. Und wer weiß, was man mit dieser pheromonhaltigen Essenz der einst noch anstellen kann. Ich weiß es nicht, aber das kommt möglicherweise noch. Auf jeden Fall bin ich vorbereitet, falls man das mal braucht. Nun, habe ich also das aufgesetzte Minivolk mit dem weiselos gewordenen Altvolk darunter vereinigt. Natürlich nicht ohne vorher die vielen angesetzten Nachschaffungszellen zu brechen. Die alte Königin hatte zwar noch ein sehr großes Brutnest angelegt, aber das war auch durchsetzt mit Nachschaffungszellen. Und die habe ich hoffentlich alle gefunden und gebrochen, damit die Neukönigin auch angenommen wird. Und selbstverständlich muss alle Brut verdeckelt sein. Ob das Experiment nun geklappt hat, sehen wir im nächsten Video. Jetzt lasse ich die Einheit erst mal eine Woche lang in Ruhe. Aber dem Bienenflug nach zu urteilen, sieht es gut aus. Und wieso hast du die weiselos gewordenen Bienen nicht nachschaffen lassen? Das war doch so eine Pfundige Königin, von der zieht man doch nach. Du hast doch so geschwärmt von ihr. Wieso hast du die Chance nicht geworden, Nummer? Die Chance auf Nachschaffung hätte ich sehr gerne wahrgenommen. Aber in den Völkern gibt es noch keine einzige Drohnenzelle. Jedenfalls bei mir nicht, konnte ich nicht finden. Und Drohnen brauchen vom Ei bis zur Geschlechtsreife an die 40 Tage. Das ist viel zu lang, wenn in 28 Tagen eine Jungkönigin begattet werden soll. Und das ist mir zu unsicher, ob die Jungkönigin innerhalb von 18 Tagen nach ihrem Schlupf überhaupt begattet wird. Und deswegen habe ich die Königin vom aufgesetzten Volk unten eingeweiselt. Die ist aus Würzburg und soll sich jetzt in Hamburg bewähren. Und das kann sie auch. Und da zeigt sich eben meine Vollkasko-Mentalität. Was gibt es sonst noch Neues? Der Beutenbock aus einer Behindertenwerkstatt mit verstellbaren Plastikfüßen von der Einbauküche ist in Betrieb. Und die Frage lautet jetzt natürlich, ob das Ding auch Honigräume tragen kann. Was meint ihr? Bricht die Konstruktion zusammen oder hält sie? Schreibt es mir in die Kommentare unten rein, was dein Tipp dazu ist. Wir werden es im Laufe der Saison ermitteln, ob das Ding zusammenbricht oder nicht. Auf jeden Fall werde ich noch etwas mit der Wasserwaage nachjustieren, damit die Füße auch wirklich waagerecht stehen. Es ist noch früh im Jahr und es wird auch noch wieder kalt werden. Vielleicht sogar mit Schnee im April. Also die Honigräume müssen noch warten. Jetzt geht es erst einmal um das Ergebnis der Futterkranzprobe. Drückt mir die Daumen, dass wir hier die Null als Resultat bekommen. Und ansonsten gebe ich stark brütenden Völkern eine Mittelwand zum Ausbauen. Denn Jungbienen wollen bauen. Und damit sie das können, gibt es eine Mittelwand hinter eine Futterwabe, die ihrerseits Kontakt zum Brutnest hat. Die Völker sammeln viel Pollen ein und den können sie nur mit genügend Flüssigkeit verdauen. Also denkt bitte an die Bienen tränken und an die Futterversorgung. Im April futtern die lieben Kleinen locker mal vier Kilo weg. Und denkt daran, die Königin braucht Platz zum Stiften, damit dem Volk die Durchlenzung gelingt. Durchlenzung bedeutet, die Winterbienen gehen ab, die Völker schrumpfen, erst recht wenn die Bienen krank sind. Die Sommerbienen werden mehr und mehr und mehr und sind am Ende des Tags dann zahlenmäßig überlegen. Die Frage dabei ist nur, wer trägt die Frühtracht ein? Winterbienen oder Sommerbienen? Winterbienen oder Sommerbienen? Das war es von mir für den Moment. Macht es gut, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.